Also solche kleinen Städtchen wie das, was dort vorne war. Oder wenn ich mal übers Land fahre und das schon kenne, dann fahre ich in der Endperspektive. Aber das habe ich noch nie hier gesehen. Selbst in der Beta war ich hier noch nicht. Und deshalb muss ich mir das einfach irgendwie anschauen. Und ich hoffe mal, dass die Musik jetzt nicht zu laut ist, denn die ist mir persönlich ein Stückchen zu laut. Muss man jetzt nochmal schnell gucken. Quatsch. Quatsch.